Hallo Welt, da sind wir wieder, hier auf unserem Arbeitsbaum. Genau, früh morgens aufstehen, da schaffen wir wenigstens schön viel. Wir holen uns noch so einen Stein und wir holen uns noch so einen Basalt. Dann können wir nämlich da oben einen Stapel anlegen. Dann ist es nicht mehr so schlimm, wenn uns mal was aus der Hand fällt. So, nämlich. Ich frage mich immer noch, was wir mit Obsidian dann machen. Obsidian ist doch auch eigentlich nichts anderes als ein Spachtel, oder? So scheint es zumindest zu sein. Und ich frage mich, ob wir da oben auf dem Baum irgendetwas zu essen finden. Das war ein schöner Arbeitsbaum. Für Werkzeuge und so, aber... Essen können wir hier, glaube ich, nicht finden. Und diese Fasern brauchen wir auch. Oh. Oh, guck mal, ein Vogel. Nicht auf den Daumen hauen. Oh, gut. Ah, sehr schön. Wir sollten die Kokosnüsse einfach nehmen und runterwerfen dann. Hier. Das sollten wir eigentlich schon mal mit anfangen. Schütteln. Okay, das sind keine Kokosnüsse mehr. Sauber dran vorbeigesprägt. Kannst du den auch schütteln? Die Gegend, je länger ich hier bin, umso besser gefällt mir die Gegend hier. Okay, jetzt wird's gut. Es ist kalt, die Gegend gefällt mir nicht hier. Es ist viel zu kalt. Es ist viel zu kalt. Oh, das sind ja normale Steine. War das nicht Basalt vorhin? Alles Basalt hier war das doch vorher. Das habe ich doch gesagt. Das ist eine... Oder war das da drüben vielleicht mit dem Basalt? Wo? Wo? Ah. Wo? 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 Oh, oh, oh. Okay, kannst du den Basalt auch hier oben ablegen? Oh, ist das schön. Wir haben noch nie so einen guten Baum gebaut wie diesen, naja, B-Baut. Was hast denn du, Hunger? Wir brauchen ein paar Stöcke hier oben. Na gut, erstmal was essen. Magst du das noch? Oh, hoppla. Okay, dann mal rein damit. Essen, essen, essen. Naja, okay, dann war's das. Ja, gut. Irgendwann hat man sich satt gegessen. Ist doch so viel Platz. Wir legen das mal hier ab, ja? Ja. Ja. Was wollte ich holen? Ach, so ein paar Stöcke. Ja. 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 Wir müssen unbedingt mal gucken, was da oben los ist. Ja, das war's. Ja. 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 Na ja, wir müssen ja sowieso lernen, aufrecht zu gehen. Ja, wir müssen ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das war's. Wenn uns einer sieht, der größte Mensch kann sogar auf zwei Beinen laufen. Der größte damalige Primat. Das ist eine Sensation, wäre das für Zuseher. Auch das mit dem Stapeln hier und so. Das haben die doch nicht alle gekonnt damals. Ich weiß nicht, sollen wir das nicht einfach hier liegen lassen alles? Da können wir uns immer einen Stock holen von unten und den oben zubereiten. Ne, ne, wir bringen die nach oben lieber. Da gibt's ja noch so einen kleinen, krüppeligen Baum. Da drüben ist da noch einer. Ja, aber der ist schon gerupft von uns. Genau, dem Stapel hinzufügen. Ja, aber dann haben wir hier so einen schrumpeligen Stapel oben. Vielleicht sollten wir die sofort richtig zubereiten. Ja, wir machen einen Stock. Oh, Moment, wir haben Hunger. Ja, wird Zeit, dass wir den Baum mal erkunden. Auf einmal wohnt der große Vogel hier drauf und dann... Oh, der könnte ja wohl... Hier ist noch eine Etage. Ja, hier können wir Medizin oder was hinpacken. Geteilter Wasserfall-Oase. Wo ist unsere Heimat? Ach was, da unten? Was ist das? Ah, ja, ich seh das schon. Dunkle Enklave-Oase? Das ist nicht unsere Heimat. Das ist unsere Heimat. Schmetterlings-Oase. Schmetterlings-Baume-Oase. Das ist auch nicht unsere Heimat. Aber wir suchen was zu essen und nicht die Heimat. Riech mal. Oh, Mann. Eine Frucht hängt hier dran. Zwei. Oh, wir werden hier verhungern. Ich seh schon, wo das hinführt. Und hören können wir auch. Oh, was gefährlich ist, scheint ja nicht zu sein hier in der Ecke. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich habe mir irgendwie so ein großes Blatt genommen und hätte das da draufgelegt und gezogen, aber das kannten die früher noch nicht. Eine Pause? Ein Stückchen noch. Ja, okay. Wo können wir denn, wir brauchen ja auch Regale und so, wo können wir denn hier ein Regal hinbauen für diese Werkzeuge? In der Nähe der Kokosnüsse hier? Die lassen wir einfach hier unten liegen, oder? Boah! Boah. Boah. Oh 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 Prima Und jetzt können wir also eine Kokosnuss nehmen und Ja Da war doch auch was Oh Wir können die doch essen Oh 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 Na ne, so war das Trinken. So, die wirst du mögen. Aber unsere Energie schwindelt schon wieder so rasch. Oh man, du brauchst aber ganz schön lange für deine kleine Nuss. Oh, und den Müll einfach hier, naja ok. Wie lange dauert das Wall bis die Nüsse hier nachgewachsen sind? Noch sind keine. Ja. Ah, ich denke wir gehen mal schlafen. In der nächsten Folge geht es weiter. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.